hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi heute kommt das letzte video in diesem jahr und zwar kommt das mappenupdate hier für die magitex 2018 2019 wie ich versprochen habe es hat ein bisschen länger gedauert weil ich noch alles sortieren musste so ich hoffe dass ihr alle heute gut in das neue jahr kommt und wünsche euch einen guten rutsch ja ich denke mal wir starten jetzt mal erste seite und zwar kommt ja hier die meisterschale hin die habe ich auf jeden fall komplett hier machen wir die schon mal rein hier 2 muss das ein bisschen schnell machen das dauert das so lang ihr seht ihr den stapel hier rechts neben mir oder über mir hier das sind einige karten ja wie feiert ihr denn heute silvester also ich gehe zu meinem bruder und da feiern wir mit freunden das wäre die erste seite sieht richtig cool aus da hat sich tops was einfallen gelassen ich glaube das gab es schon mal irgendwie als das hier ist jetzt meine zweite serie wo ich sammle so dann gehen wir hier mal weiter mit augsburg so dass die zehn dann müsst ihr hier nochmals die neuen gewesen sein hier unten genau dann fangen wir hier so an so zack die zehn die elf ich muss gucken mir fehlen noch ein paar stück also nicht mehr so viel die zwölf dann haben wir hier die dreizehn also ich lese jetzt nicht die namen mehr vor die sechzehn also sonst dauert das zu lange hier 18 so also hier fällt mir schon mal eine und dann kommt hier 19 fangen wir hier weiter mit an anders da hätte man vorne hier der ersten seite alles frei gehabt das wäre natürlich scheiße sorry für den ausdruck aber so ist das viel besser so zack und zack hier machen wir drei stück direkt in die hand zack zack und zack weil die müsste ich nochmals alle haben 19 20 21 22 23 24 25 und die 27 also bei augsburg fehlen mir noch zwei karten wie ihr seht so augsburg dann gehen wir zur nächsten seite und zwar haben wir dann die härter da grüße ich mal den dennis dennis wenn du das siehst ich wünsche dir einen guten rutsch nächste haben wir die 29 noch mal die 30 ja ich weiß andere youtuber haben das bestimmt schon gemacht hier das mappen update bei mir dauert das immer etwas länger weil ich erst mal sammeln so 33 35 und die 36 so 28 29 31 32 33 hier wird die 34 also hier fehlt mir schon mal eine so dann geht es hier weiter mit der 37 37 38 also dieses mal sind es echt extrem viele karten ich habe hier noch so ein stapel mit den limis und alles und mit den kapitäns karten 40 41 41 42 43 43 44 und die 45 so diese seite ist auf jeden fall mal komplett das ist wunderbar also also diese seite hier fehlt ja eine dann gehen wir mal weiter da geht es dann hier weiter seht ihr schon mit bremen so ich konnte ja so rum hier mal rein machen ne das ist ja auch mist 46 46 47 47 49 49 50 weil die taschen sind ja auf dieser seite 5 57 geht auch rein 57 58 59 60 die 61 und die 53 so bei bremen fehlen mir noch zwei karten die 48 und die 62 sondern geht es hier weiter mit dortmund da grüße ich die nina ich weiß nicht ob die noch meine videos oder den dennis strauss grüße ich auch bremen weiß ich gar nicht ob da jemand fern ist wo ich kenne 65 66 dann haben wir hier die 67 68 69 die 70 dann kommen wir die 71 und die 72 das wäre die erste seite da fehlt mir noch die 70 dann geht es hier weiter mit 73 75 haben wir die 76 die 78 dann haben wir die 79 und die 81 so dann müsste eigentlich stimmen 72 73 74 75 76 77 78 90 81 okay so dann kommt hier fortuna düsseldorf als nächstes 83 83 so 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 mal die anderen hier also hier oben das immer rein zu bekommen das eine jetzt mal kurz gucken hier 84 war die letzte dann müsste hier die 85 86 87 87 da haben wir hier die 88 die kommt dann hier unten hin und dann noch 2 89 und die 90 zack erste seite fertig dann geht es weiter hier mit den jetzt haben wir die 90 dann kommt hier um die 91 ich glaube düsseldorf fans habe ich gar keine in meiner community ich weiß nicht ist einer von euch vielleicht düsseldorf fan 94 um die kommt hier unten hin 95 und 16 90 98 und die 99 so also hier fehlen mir noch einige also 1 2 und 3 so dann geht es hier weiter mit frankfurt da grüße ich den langley und batis united die konnte ich ja beide dieses jahr treffen also das war schon mal ein highlight mit ben masterful aber den grüße ich gleich noch wenn die bayern kommen dann machen wir hier renault die 101 noch mal die 102 also ich glaube die mappe lang glaube ich nicht so wie ich das gehört habe die ganzen karten 105 106 107 die 108 das wäre die erste seite die sogar komplett sehe ich die erste seite jetzt hier weiter mit der 100 9 100 9 letzter zeit musste ich wieder hören wie alt bist du und warum sammelst du noch karten oder warum spielst du noch fieber oder sowas ich weiß gar nicht was das soll man ist nie zu alt für irgendwas ich glaube das sind die meisten halt nur neidig weil sie nicht so ich weiß ja nicht vielleicht weil sie das geld nicht haben um zu sammeln oder vielleicht kein erfolg haben damit aber mir geht es ja hier nicht um erfolg sondern um den spaß und das habe ich ja schon öfters gesagt so dann geht es eben weiter mit 118 für freiburg freiburg weiß ich gar nicht habe ich da jemand meiner community ihr könnt es ja mal reinschreiben was für fans ihr seid 120 17 18 19 ok hier oben das immer rein zu bekommen zack machen wir die 121 die 122 die 123 machen wir hier die 124 25 26 ok frankfurt war sogar komplett so freiburg machen wir hier auf der ersten seite schon komplett hier geht es weiter mit 127 127 dann haben wir die 128 weiß ich haue nicht so oft in die kamera aber ich muss hier auch sehen was ich mache ich könnte zwar auch so gucken aber dann sehe ich hier oben das nicht so dann haben wir hier 130 so geht das 131 32 müssen jetzt noch drei karten kommen oh nein da fehlt eine dann kommt die hannover 96 da fehlt mir noch die club karte also das club logo also fangen wir hier mit hier an also 137 mit 38 dann geht es hier weiter holen wir uns mal den stabel dann haben wir die 139 hier geht es jetzt wieder ein bisschen schneller 140 41 42 43 und die 44 also bei freiburg fehlt mir noch eine seestrate glaube ich ja so bei hannover fehlt mir jetzt schon mal eine hannover wer war denn hannover fällen fehlt mir fehlt mir fehlt eine eine aber ich komme nicht auf den namen jetzt 45 weil ich kenne so viele leute im moment auf youtube ich meine der wäre immer bei bei dennis im stream gewesen 47 aber ich komme jetzt nicht auf den namen 49 49 50 51 52 und die 53 oder geht es hier weiter mit hoffenheim wenn jemand hoffenheim fan ist könnt ihr das auch mal gerne reinschreiben so machen wir die nächsten hier 56 56 hier oben ist das immer so ätzend ich gab aber eine mappe wo man das seitlich reinmachen musste das war noch ätzender weil wenn ihr die seite dann umgeblättert hast dann sind die hier rausgegangen also ich finde das so doch besser so 57 58 so ich glaube ich muss hier ein zweiteiler draus machen weil das dauert zu lange ist 61 62 63 erstseite ist komplett sogar so 64 65 geht es hier oben bei der meck dann haben wir die 67 67 dann haben wir die 68 dann haben wir die 68 ich habe schon mal fehler gemacht ich sehe ich gerade so hier müsste normalerweise die 60 und ich habe die 61 gemacht das ist ein fehler schnell korrigieren hier also nochmal hier alles raus zack 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 das tut mir leid zack 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 67, 65, 66, 67, 68, 70, 71. Sieht ja schon besser aus, oder? Also da fehlen mir noch drei Karten bei Hoffenheim. So, dann kommt hier Leipzig, da ist glaube ich hier Skywalker-Fan davon. So viel wie ich weiß. Also Grüße gehen an Skywalker raus. 171. Oh, da fehlen mir noch einige, sehe ich gerade. 74, 75, dann kommt hier die 75chen, I'll go right, ey, I'll go right. 75, 76, 77. Dann kommt hier unten die 78, 79, 80. So, dann haben wir die 81. 82, ja, ich gucke hier lieber jetzt immer auf die Nummern, weil sonst muss ich nochmal alles rausholen und wieder reinmachen. Dann haben wir hier die 83. 84, 85, die 86, die 87. Dann haben wir hier noch die 88 und die 89. Die Seite ist komplett und, nö, ist alles komplett. Ne, hier oben, hier oben, hier oben fehlt noch. Dann kommt hier die 190. Dann geht es hier weiter mit Leverkusen. Leverkusen fällt mir jetzt auch im Moment so schnell niemand ein. 191, 192, Jonathan Tarr, den hätte ich gerne mal bei Bayern gesehen damals. Aber naja. So, dann haben wir hier die 93, 94, 95, 96, haben wir hier die 97, oh, dann haben wir hier die 99. So, 200, mal nochmal durchgucken, 98, weil hier habe ich die 99, also die 98 fehlt mir, die 198. So, da haben wir hier die 200. Dann haben wir die 201. Die 202, 3. 4, die 5, die 206. Oh, hier eine Club 100. Und hier ist ein Bundesliga-Moment. Ne? 207. So, dann geht es hier mit 208 weiter mit Mainz 05. Also das ist ja nicht weit weg von mir, Mainz. Also man fährt schon noch ein bisschen, aber ist halt nah dran mit Kaiserslautern. Was gibt es noch? Eintracht Trier gibt es ja auch noch. Die spielen zwar nicht in der Bundesliga, aber egal. So, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also bei Mainz fehlen mir noch welche. 12, 13. 13, dann haben wir die 14, 15 und 16 haben wir auch. So. Top. Dann die 17. Geht es hier oben weiter. Ups, warum drehe ich die rum? 17. 18, 19 haben wir hier. 20. 22. Was war Mainz? Fehlen mir noch einige. Aber ich habe noch einiges hier zum Unboxen. Also da denke ich mal, da wird noch ein bisschen, wird noch ein Update kommen. 24, dann kommt dann hier hin. Und dann hier die 25. So, dann kommt hier Borussia München Gladbach. Gladbach-Fans weiß ich jetzt auch nicht. Also, schreibt das auch mal in die Kommentare. Da haben wir die 226. 227. Die 28. Na, geh rein. Na, kommt hier ab. Dann haben wir die 29. Die 30. Die 31. 32. 33. Und dann haben wir hier als nächst die 36. Okay. Na. So. 33, 34, 35, 36. 36. Die 37. 38, 40. Die 42. Und die 43. So, jetzt kommt hier Bayern München. Ich denke, Bayern München-Fans habe ich hier am meisten auf meiner Community. Zum Beispiel den Fin, den Ben Masterful. Und wen habe ich denn noch? Also, da kommen noch mehr, da sind noch mehr, also mir fällt jetzt so schnell die Namen nicht alle ein, weil die Community wächst und wächst bei mir. Also, ich kann euch sagen, Bayern München-Fans habe ich schon mal komplett. Oh, ja, Kimi, mein Lieblingsspieler. So, dann nehmen wir uns mal den Batzen hier. Die 47, David Alaba. Die 48, Süle. Dann hier, Hummels mit der 49. 49. Ja. Dabei bin ich durcheinander gekommen. Dann hier Tolisso. 250. Ah, Sarah FC Bayern fällt mir noch ein. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Die macht auch für Foto-Videos. Lasst mal ein Abo dort und schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Stürmiami. Genau so wie beim Masterful. Aber, ja. Nur, wenn ihr möchtet. So. Also, es wird ein längeres Video. Ich habe jetzt entschieden, dass ich das hier doch durchziehe. Na. Weil. Dann mache ich die anderen hier. Wo die Limis und alles dabei sind. Im zweiten. Das kommt dann im nächsten Video. Oh, hier haben wir Ramos als Club 100. So, jetzt fehlen nur noch die zwei Karten hier. Und dann ist Bayern komplett, wie ich gesagt habe. Jo. Und, jo. Jetzt kommt Nürnberg. Auch ein Münchner Club. Also Bayern. Also, die sind nicht weit auseinander hier. Die 262, das Club-Logo. So, ich hoffe, ihr schaut das hier komplett. Aber, so wie ich euch kenne, schaut ihr nur die Hälfte. So, die 265. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst hier. 62, 63, 40, 50, okay. Die 66, die 67, 68, die 69, und die 72 haben wir. Also müssen wir hier eins weiter. So, 69, 70, 71, 72. In die Mitte hier. Dann hier die 73, die 74, die 75, die 76, so kann ich in die Kamera schauen, aber wenn ich hier oben die mache, ist ein bisschen dumm. Die 77, die 78, und dann hier Bundesliga-Moment, die 79. So, hier kommt jetzt der Lieblingsklub von Mr. Koller, mit seinem Ronaldo-Fußball-Gott. Also, Größe gehen an Koller. Was haben wir hier? Die 280, die 81, 80, Oh, 83. Da fehlt mir einer. 84, 85, 86, 87 88 da fehlt mir die 82 88 dann geht es hier oben weiter und ich sehe da ist noch einer auf dem Stapel von den Schalkern wo ist denn hier der Naldo der ist noch gar nicht gekommen 90 91 so dann die 293 da fehlt mir noch einer dann die 94 95 96 da fehlt mir noch dem Kolle sein Lieblingsspieler so jetzt ist nicht mal so viel also ich hoffe ihr bleibt hier dran wir haben es bald geschafft so hier kommt jetzt Stuttgart mit 298 dann haben wir hier den Torwart mit Ziele 99 dann haben wir hier die 300 habe ich die auch jetzt richtig reingemacht nicht dass sie verkehrt rum rein machen sonst sieht man ja die von hinten mal kurz gucken ne ist richtig ok war das jetzt richtig 301 302 303 die 304 306 ok also hier fehlt mir die 305 307 machen wir hier die 307 sorry dass das hier so lange ist aber schneller geht das leider nicht hier 10 9 na 10 die 11 12 13 14 und hier die 15 Ja hier fehlen mir noch ein paar, so dann kommen wir hier zu Wolfsburg, Wolfsburg, 316, 317 und 18, rein hier, so, zack, 16, 17, 18, dann fällt hier die 19, 20, 21, ok, stimmt das, was ich erzähle, 19, 21, ja, ne die 22, 23 und die 24, so, ah, die sollen doch hier noch ganz unten, hallo, so, geht's hier weiter mit der 325, 326, 327, 28, 29, 30, 32, 32, und 33, so, jetzt kommen hier noch die Zweitliga, jetzt wird's hier ein bisschen hier, 34, 35, hier passt Pallgroß, der war ja mal bei Werder Bremen, 36, so, jetzt wird's dann haben wir die 37, 38, und die 40, oh, 40, da hab ich noch die 41, seh ich grad, und die 42, dann geht's hier weiter, 43, 45, gleich haben wir's, dann haben wir die 46, 47, 48, die 49, die 49, 50, 51, da fehlen mir noch ein paar, aber kommt alles bestimmt noch, äh, wo war ich jetzt, 51, 52, 53, machen wir's mal von der Seite her, 54, so, 54, 56, 57, 58, 58, Oh ja, Hector, äh, äh, der Rotte, damit grüße ich den Julian, unboxing in Bly, Bly, 58, 59, die 60, 60, so, da haben wir noch die 61, 62, 62, 62, na komm, zack, 63, 63, 63, haben wir die 64, 65, 66, 67, und die 68, so, das war das Mappen-Update 1.0, so, jetzt hab ich hier übrigens wieder ein bisschen Platz auf meinem Schreibtisch und so, so, im nächsten Part kommt der Rest, so, wartet, jetzt kommt kurz, äh, geht, sonst kommt immer so ein Knacksen hier von dem, so ein bisschen Platz haben wir hier noch drin, aber für alle reicht's, glaube ich, nicht mehr, so, dann schließen wir mal das hier und, dann sag ich mal euch allen nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr, lasst es ordentlich krachen, aber nicht zu viel, äh, ich freu mich auf 2019 mit euch, äh, es war ein fantastisches Jahr mit euch, vor allem mit dem Treffen mit Ben Masterful dieses Jahr, dann den 24 Stunden Stream, dann haben wir die 1000 Abonnenten geknackt, diese Woche, war echt cool, ja, dann sag ich mal, bis im nächsten Jahr, also morgen, aber ich glaube, morgen kommt erstmal nix, ich werde mich mal erst ausnüchtern, ähm, ja, feiert schön, und dann sag ich mal, bis demnächst und, ciao! Outro